Hier sind meine Schnitzel und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Happy Wheels. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Wir spielen wieder Today, heute ist wieder Samstag. Weil ich das Gefühl hab, wenn ich ausgeschlafen bin, sind die Folgen besser. Ich hab heute schon mal aufgenommen und meine Brille beschlägt gerade. Weil ich schwitze bei 10 Grad oder so. Und... Ne, ist ja nicht so, als ob ich mich festgehalten hätte oder so. Ne. Ja. Was gibt noch? Ich hoffe, ich brauch mein Name jetzt nicht mehr. Ich hab's geschafft, Leute. Ihr habt's geschafft. Ähm. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Man hört wahrscheinlich gerade im Hintergrund bei mir einen Ventilator. Das liegt daran, dass es mir so scheiße warm ist. Ja. Ich such grad'n Minekraft-Level. Minekraft, Minekraft, Minekraft. Mach mir das. Ich lese mir den Text nie durch, aber egal. Ach Mensch, das... Kenn ich das? Ich glaub, das kenn ich. Es könnte sein, dass ich das kenne, weil das geklaut ist, aber ich weiß es nicht. Video-Mauter-Dolo, ne? Nein, Spaß. Ist ja so. Mich interessiert das nicht. Ich spiele ja... Alle Level. Ist ja... Ist ja totally egal. Oh Gott, oh Gott, nein. Ich mach das eben noch. Ich lass mich eben noch fahren. Wenn du das Ende ist... Ne, is it nicht. Is it nicht. Ach komm. Ach komm. Da, das Minekraft-Level. Das hab' ich nie geschafft, ist aber geil. Nein, ein Creeper. Hier ist noch eine Spitzhacke. Das ist scheiße schwer zu kontrollieren. Er glaubt da nicht. Ist wirklich extrem mies an sich umgesetzt. Also, ist schon cool, aber extrem schwer halt. Versuchen wir den Longest Bottle Run. Ne, schon verloren. Schon verloren. Vielleicht ist das ja so einer, den man gar nicht schaffen kann. Na. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, mach ich was anderes. Der kleine Timi verreckt da vor sich hin. Ne, ne, jetzt, jetzt will ich's nochmal probieren. Oh Gott, das war mies. Das war mies. Ich war abgelenkt, weil ich grad meinen Ventilator was gemacht hab. Das war auch mies. Wieso schau ich das jetzt nicht mehr? Genau so. Näh, näh, jetzt, jetzt hab' ich keinen Bock mehr. Jetzt hab' ich keinen Bock mehr. Mein Ventilator geht wieder an. Freeze Roll ist, ist nicht so cool. Underground Home. Nehmen wir den. Have a great time. Die würd ich haben. What up, dude? Oh ja, ich fand hier Maronia. You know that it is. Genau that it is, eh. Genau. Genau. Oh no. Nein, 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 nein. Oh ja, ich hab's geschafft. Bum, bum, bam, bim, 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 bim. Mal Colorwork nur ran. Wieder schön mit dem. Bum. Okay, ich glaube man ist wieder in irgendeiner Weise gezwungen den hier zu spielen. Weil das so der normale Typ ist für Harpoonrun. Stage 2. Oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das so asozial. Und ich sterbe. Fick die Henne. Oh Gott, oh Gott. Na genau. Ich habe das beim ersten Mal gesagt. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber übrigens, ich habe irgendwie wieder gefallen an, ich mache was anderes, an Cookie Clickers bekommen, sieht man hier, ich bekomme gerade 38.000, gucke ich es in der Sekunde und habe gerade 30 Millionen. Dann geht es weiter und ich überlege mir aus irgendeinem Grund den Euro Truck Simulator 2 zu holen. Mal, mal, Herr Bergmann in die Fahrrad. Oh Gott. Alter. Gelb ist zwar eine schöne Farbe, aber nicht, wenn man nicht, wenn man gerade dunkles gewohnt ist, ey. Bremsblock, fahr langsam. Das mache ich. Das sah gerade voll crank aus. Ich wusste nicht, ob ich jetzt nach hinten fahre oder nach vorne. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. So. Hab ich jetzt schon gespielt? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, habe ich. Don't move. Ein Fußball don't move, okay. Okay. Spannung pur. Oh yeah. Ich bin der Boss. Wer hat im Unterrichtsfach Fußball eine 1? Ich nicht, dass es das bei mir nicht gibt. Ach so. Don't move. Ich dachte jetzt irgendwie DM, ne? Der legt den Opa DM? Der legt den Opa Drucker in den Markt? Gut. Alter, das ist es. Das war extrem geil, finde ich jetzt. Das war extrem geil. Ne, mein Slogan, Chris. Weil das jetzt auf Englisch ist und... Das war so geil. Oh ja. Ich bin schlau. Eat fresh. Oh fuck. Jetzt weiß ich nicht, ob das... Subway ist oder KFC. KFC ist, glaube ich, so gut. Kannst du mal weggehen? Warum funktioniert das gerade nicht? Muss ich dazu etwa meine Beine noch haben, oder was? Scheint so. So, mal jetzt. Ja. Nice. Von Toyota kenne ich nur das Deutsch, oder? Ist das Deutsch? Jetzt habe ich es vergessen. Das Einzige, was mir logisch klingt, ist Lexus, weil ich das nicht kenne. Okay. Es ist Toyota. Toyota. Ich weiß auch noch mal die Toyota-Slogan, ey. In Deutschland meine ich. Gott. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier Toyota. Ich habe noch nie was von Texas gehört, so ganz nebenbei. Ich bin aber auch recht. Apple. Think different. Ich schätze jetzt mal Amazon. Okay, es war Ebay, aber egal. Mach ich mal ein different Quiz. Ah, von dem ist das Logo-Quiz. Kennen wir das nicht sogar? Ich glaube schon. Mal gucken. Nee. Dann spielen wir jetzt nochmal eben das Logo-Quiz. So. Das spielen wir nur nochmal eben. Hm, was ist das nur? Ich glaube, das ist Facebook. Im Regen ist es. Ich mag kein Facebook. So ganz nebenbei. Ich mag es einfach nicht. Es ist scheiße, finde ich. Und ich brauche es auch nicht. Ja, genau. Hänge. Wer zieht mich da rein? Ich will mich nicht loslassen. Ich darf die Scheiße jetzt nochmal spielen, weil ich da festhing, ey. Was ist überhaupt 20s? Noch nie gehört. Noch nie. Genauso wie Taco Bell habe ich auch nur von Southparks und Stick of Truth. YouTube. YouTube. Was ist Daily Remotion? Was ist Netflix? Habe ich schon mal gehört. Wee. So, ich würde sagen, das war es dann mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, wenn nicht, dann nicht. Und dann sage ich mal Tschüssi und bis denne.